Ich bin jetzt 3-4-mal gestorben. Ich bin jetzt 3-4-mal gestorben. Ich bin 10-1. Der kann links und rechts und wie viele Dinge abkleiden, die so... ...teile, und er kann schon... Oh, ich bin jetzt 3-4-mal gestorben. Oh, ich bin jetzt 3-4-mal gestorben. Ah, ich seh ich... Ja, ich bin jetzt 3-4-mal gestorben. Echt, aber das ist voll nicht gespeichert. Nee, ich hab's in Kraft. Wie ist die noch? Ja, ja. Da ist er vor, dass er jetzt geht. Sehr gut. Ich bin jetzt 3-4-mal gestorben. Das ist scheinbar. Überlebe, überlebe! Ich muss auch ein Respawn machen. Einatmen zu sehen. Und jetzt ist wenn er das... Immer das ist... Also, ich muss doch nicht mehr drehen oder oder was? Nein, das ist so scheiße. Ah ne, jemand nicht. Versteht mal was? Oh nein. Nein, explodiert aber. Okay, das ist richtig scheiße. Die Tür geht einfach zurück. Ich bin neben dir. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Commander, du möchtest alle deine Schiffe und die Komponenten. Ich hatte Lust. Ich bin nur durchzufüllen. Ich bin hinter dir. Ja, schon wieder. Was ist das? Ich gucke das noch nicht mal. Das ist eine volle Verarschung. Die ist wieder voll... Entfernt. Du hast die Beziehung. Du hast die Beziehung. Du hast die Beziehung. Was hast du nicht erkannt? Das ist so. Was ist das? Was ist das? Ich hab dich abgeschossen. Hast du mich abgeschossen? Ich glaube ich mal, ich weiß es nicht. Ja, aber es hat mich eben... Ich kann sagen, dass du nach vorne schaffst. Das ist gut. Das ist gut. Oh, f***. F***. Ach vorn, ey. Das ist gut. Spawn und um so eine engen Sprengung. Geschafft. Und jetzt die Stargelekt. Das ist gut. Die Armspäße irgendwie wie das Hell. Wisst ihr das? Ja, ja, ja. Das ist hier voll Starfuck zu mir. Ich bin so richtig geil gemacht. Ich bin so richtig geil gemacht. Okay, mach. Wir können hier noch trainieren, ja. Ich bin so richtig geil gemacht. Ich bin so richtig geil gemacht.